Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monstertrain. Im letzten Parts sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir uns weiter durchgeschnetzelt haben und auch den Helden bzw. den Champion ein bisschen aufgewertet haben. Schmuckhändler, Vortex, Geld. Einen Schmuckhändler, der ja auch Artefakte verkaufen würde, und ein Vortex. Ja, dann machen wir noch ein paar Kopien. Kopiere ich einfach mal, haben wir die Karte da, Wildhold zu testen. Ich verbaue eine Höhle. Eine Höhle der tausend Augen scheint zu erwachen, als du näher kommst. Was hier in der Tiefe erklingt, deine Stimme. Opfere dein Leben oder dein Reichtum, um vielleicht Belohnung zu werden, wenn du für würdig gefunden wirst. Normalerweise opferst du unbekannten Biesten und weißt dir nichts. Aber für diese Höhle könntest du eine Ausnahme machen. Bist du ein Opfer im Brief. Äh, Chance 10% dein Artefakt zu erhalten. Ja, okay. Ja, wir haben genügend Münzen. Und nochmal. So. Bist auf der Feuerkammer. Halte im ersten Zug des Kampfes. Zusätzlich sieben Blut. Neh, nehm ich mal an. Also dunkle Tiefe. Klingeln laut rutschen. Wir haben dich für würdig gefunden. Wir haben die Vermeiter. Okay, und hier halten wir auch noch einen Defekt. Reinigendes Wasser. Chance 50% Dass alle Buff-Effekte einer gegnerischen Einheit entfernt werden. Wenn dieses dann den Zug betritt. Und eine zweite Maske. Wende für Wurzeln auf gegnerische Einheiten an, wenn sie die Ebene unter der Höllen Glut betreten. Wurzeln fährt. Die nächste Bewegung einer Einheit zwischen Ebene und Basten im Mond. Dann nehmen wir das reingende Wasser. Fällt die Lichtschwänge. Gestützte, entzündete, geschützte Fälle. Sie belasten sich mit Schulden. Mit Schuld damit die Kriegerin, die den Todesstoß versetzen kann. Wähle diese Lasten los. Um ihren Angriff stand zu halten. Wappen der Reinigung. Fälle in der Verbindung. Fügen deine Hand und dein Deck Geißelkarten hinzu. Suche Einheiten. Belast. Es. Aller. Belast der Wache. Unbeweglich. Null Schaden. 70 Leben. Um. Okay. In. Kampf. Informativer. Webraumativer. Blut. hier ganz toll aber auch wenn die erste start schon mal weg äh, wir können hier noch mehr zu versterben leider ist jetzt nichts, damit wir nicht klugschauen äh, frumts äh, frumts da müssen wir nicht die statuen loswerden so, da kann ich das weiter hinstellen ok, schaut, hat ja keinen angriff wow äh so so wir hier unten haben so, da ist die nächste statue weg ah, da kommen beide durch äh, frumts äh, frumts da wird auch leider durchkommen da wird auch leider durchkommen äh, das halt sich fast nicht aus ich hab da noch nicht zu viel Schaden ok, 10 Schaden die letzte Welle ok ja, es ist sowieso vorbei erstmal ein bisschen schnell lang und erledigt's und erledigt's ok so so selten paket wieder eine karte verstärken verdoppelte rüstung eine einheit und kreislauf des Lebens verwendet plus 10 Leben und 3 Dornen das sind auch wieder karten die ich nicht brauche und wir können hier nochmal sagen wir bräuchten mehr hellenloot oder wir ziehen mehr karten ne ah, mehr karten wären schon nicht schlecht gerade wenn wir so viele sowieso schon ziehen äh, Waffenhändler Moment was könnte ich benötigen Waffenhändler ja, wär schon nicht schlecht oder eine verborgene Höhle und ein Vortex ah, Vortex Vortex ist immer gut so, dann werde ich noch mit dem Zuggleiter los eine von den Regenerationskarten jetzt ein Zauberhändler äh Füllstein verwisse ein Zauber mit 20 Kräften und Verbrauch in den Tal Froststein verwisse ein Zauber mit Permafrost Permafrost erhalte beim ziehen eingefroren eingefroren diese Karte wird am Ende des Zuges nicht auf den Abgleichstab gelegt eingefroren wird entfernt wenn die Karte gespielt wird ok äh äh möchte ich eigentlich auch Karten loswerden möchte ich eigentlich hier weg der Hülle loswerden möchte ich die nicht brauchen gut ja kann ich die eigentlich obwohl die hat Verbrauch drauf ich habe halt da nichts was Verbrauch weg macht vielleicht bekomme ich irgendwas äh äh was ist eine Karte mit ok war klar es nicht geht wäre lustig gewesen wenn es gegangen wäre Einbehalt die könnte ich auf Einbehalt machen oder die hier ich könnte auch die Stacheln auf Einbehalt machen einfach die auf Einbehalt äh Kasten senken 10 magische Kraft hinzu 10 magische Kraft hinzu äh jetzt halte ich nicht aus Karte verbannen habe ich eigentlich gerade noch die Zugbegleiter ja weißt du mal verwangene Höhle der Historiker steuert mit seinen seltsamen Gefährt auf den Zug zu Wellenbrot wie gut das sich unsere Wege endlich kreuzen ich halte dir eigen des Armagedons für die Nachwelt fest das mag sinnlos sein ich weiß aber wenn du doch irgendwie Erfolg haben solltest werde ich ein Vermögen verdienen als dann würdest du dich als ehrlich aggressiv oder verstohlen beschreiben du brauchst du dir dein chemisches Gold Beutel Schneider ehrlich x kosten verbraucht dein gesamte Glut erhalte 40 x Gold ok dein hellenglut erhalte für alle 10 Gold die du besitzt mehr Schaden ok verstohlen für eine gegnerische Einheit zwei Schaden zu besiegen plus 50 Gold eigentlich Satefakt hört sich schon nicht schlecht an naja der legendäre kampfgeist der höllen boot ich habe auch nie wenig erwartet der geschichte wird sich wunderbar lesen hier ist eine kleine Unterstützung ich wünsche dir viel Glück in den kommenden Gefechts und und eine weitere Schmiede könnten wir mehr Wut erhalten ne ich möchte jetzt eigentlich mal Multischlage weiter verbessern so und dann gehen wir direkt in den nächsten Kampf die Reugen diese Leutzerer belasten dich so lange mit deinen Sünden bis du in ihren Augen genug gezündet hast Prüfung überhalte hast wieder ein Zauberschild jetzt kommen wir auch 400 Münzen ok haben wir auch sehr viel Leben dann gehen wir mal in den Kampf ok machen wir wieder unsere Combo also kann ich auch endlich mal den hier stellen alle Zauber können nur einmal pro Kampf gespielt werden Karten mit Verbrauch werden auf den Verbrauchstapel gelegt nachdem sie gespielt wurden sie werden erst im nächsten Kampf wieder fügbar sein ja das wissen wir ja was kommt aber werde alles weißt die 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 Der ist leider nicht erledigt. Der ist leider nicht erledigt. Den kann ich auch erledigen. So wieder herstellen, Proletur, Proletur und einfach weiter verjüngen. Das hat sich Schaden. Sonst sieht uns was nicht aus. Beziehungsweise geht er auch nicht wegen dem Zauerschild. Er ist erledigt. 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 Und hier mein Sieg davon getragen. So, Hauptstamm. Brauche ich alle nicht. Wohl mit dem halte ich 4 Höllenloot, wenn der gerufen wird. Den kann ich mitnehmen. Äh... Zusammenfügen. Stell eine Gesamtheit wieder her. Erhalte... ...eine Höllenloot hier. Nichts. Das ist auch nicht schlecht. Das nehme ich auch mit. Und kostet auch nicht viel. Äh... Okay. Höllenloot. Ich zeige eine Kopie einer Karte. Schmuckhändler. Also hier könnte ich 2 Artefakte holen. Hier könnte ich mir mehr Geld holen. Und dann haben wir eigentlich schon das Ende erreicht. Und eine Kopie einer Karte. Schmuckhändler. Ja, hier können wir nochmal 20 Leben herstellen. Ein Artefakt. Rettungsplan. Wofür zu Beginn ist... Kamen 4 zufällige Einheiten aus deinem Deck auf die mittlere Ebene. Oder geschicktes Licht. Wenn der Schwindel auf gegnerische Einheiten an, werden sie die Ebene unter der Höllenloot betreten. Schwindel sorgt für... Das heißt... Solange er eine Einheit mit... Ein Schwindel hat, kann sie nicht angreifen. Und... Weder Aktion noch... Verrechnen... Fertigkeiten verwendet. Ja, Rettungsplan nehme ich mal mit. Kandler. Dampfen Ziel... Werden Schwindel auf gegnerische Einheiten an... Wenn sie die Höllenloot Raum... Treten... Dein Höllenloot hält... Plus 15 Angriff... Wenn du einen Zauberspielst, werden die Kosten und Zauberkarten auf deiner Hand... Die wenige Kosten... Für diesen Zug auf Null reduziert. Es sind halt sehr teure Sachen hier. Aber ich kann hier noch ein bisschen was aussortieren. Wie zum Beispiel den hier... Ah... Mythos ziehen möchte ich eigentlich nicht. Und dann gehen wir... Zum... Letzten Gegner. Zaufte Tugendhafte... Das Ende naht. Diese Inkarnation des Erdfeindes der Hölle hat die Macht, alle Einheiteneffekte zu entziehen, die Zau... nützlich sind. Dieser Kampf verlangt mehr als eine Stärke. Eigentlich in der Ebene. So, ich würde die Hälfte aller Buff und Debuff-Effekts-Stapel entfernen. Okay. Offenen Kampf. Okay, ja, das wird schwieriger. Okay, da wir eben die zufällige Rettungsplanung hier haben. Machen wir es mal so. Okay, wir haben keine Monster im Deck. Das ist blöd. Dann haben wir ein bisschen Schaden. Äh, machen wir so. So. Äh, können wir ihn ein bisschen Schaden machen. Äh. 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 Die kommen ja sowieso nicht durch. Nun gehen wir dir mal ein bisschen los zurück. Ah ne, da darf ich nicht durchkommen. Wird auch nicht durchkommen. Okay, jetzt kommen ja so viele Heilungskarten inzwischen zuerst. Okay, und der ist schon da. So, jetzt bin ich ein bisschen freundin. Mal schauen, ob wir ihn besiegen können. Ah, das reicht nicht. Das ist sehr blöd. So, jetzt bin ich ein bisschen freundin. So, jetzt bin ich ein bisschen freundin. Warte, wir sind viel Leben, wie wir schauen. 600 Leben. Äh, ich hab nur Heilungskarten. Ich hab nur Heilungskarten. Kann ich meinen, Mann, kann ich mich heilen? Ja, wir haben verloren. Äh, verdammt. Heilungskarten. Heilungskarten, Level 2. Kommen wir in einer Karte. Und ein neues Artefakt. Heilungskarten, Level 3. Noch eine Karte und ein neues Artefakt. Und, er hat zu Level 2. Okay. Äh, lief nicht ganz gut. Naja. Äh, mal schauen. Vielleicht werden wir da nochmal einen Versuch starten. Vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung, die sich gefallen hat. Wenn ich das soll, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und, mal schauen, was das Nächstes kommt. Ciao.